Hallo Belle Bonjour Gaston Gaston, würdest du mir bitte mein Buch zurückgeben? Wie kannst du sowas lesen? Da sind keine Bilder drin Naja, manch einer gebraucht seine Fantasie Belle, hör endlich auf deine Gedanken und Bücher zu verschwenden und widme dich den wirklich wichtigen Dingen wie mir Die ganze Stadt spricht schon darüber Es ist nicht richtig, wenn eine Frau liest Dann kommt sie auf Ideen und fängt an zu denken Gaston, du bist absolut vorsinnflutlich Haha, danke Belle Wollen wir beide nicht rüber ins Gasthaus gehen und uns meinen Tuchwehen ansehen? Vielleicht ein andermal Was ist denn mit dir los? Sie ist verrückt Er ist hinreist Bitte Gaston, ich kann nicht. Ich muss nach Hause meinem Vater helfen Auf Wiedersehen Diese irre Ansprache braucht jede Hilfe, die er kriegen kann Spricht nicht so über meinen Vater Genau, sprich nicht so über ihren Vater Mein Vater ist nicht irre, er ist ein Genie Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein